Hi Frank, ich habe dich ein bisschen vermisst. Hi Mark, willkommen aus der, wie nennt man das, aus der Kranken- oder aus der Todeszone? Also Todeszone ist zu heftig, aber ich bin gerade auf dem Walking Dead-Trip und genauso habe ich mich auch gefühlt. Dein Wochenende war nicht so gut dann, ja? Ich sage mal, Chemie hilft. Schöner Leben durch Chemie. Also du glaubst gar nicht, wozu das Bayerwerk, okay, war jetzt Schleichwerbung, das Bayerwerk so alles gut sein kann. Ja, Aspirin, ja? Ja, und nicht nur das normale, in Pulverform, Aspirin-Komplex, geiles Zeug. Ich sage dir, das baut dich auf, ja. Ja, also um das jetzt mal, du hattest eine Hochzeit am Samstag, ja? Jawohl, ich hatte am Samstag eine Hochzeit. Aber dir ging es nicht so gut. Mir ging es sehr bescheiden. Es war, es war ja nicht nur irgendeine Hochzeit, es war ja auch noch eine Hochzeit von einem befreundeten Musiker. Oh ja. Und im Vorfeld war schon komplett klar, dass es nicht nur zwölf Stunden werden, sondern das volle, fette Programm, bis irgendwie nichts mehr geht. Also bei mir ging nachher wirklich nichts mehr, aber... Wie lange warst du denn dann schlussendlich da? Ja, also mit allem drum und dran waren wir, glaube ich, 16 Stunden unterwegs. Ja, okay. Mit allem drum und dran. Das ist, das ist ordentlich. Aber ja, wir können es ja mal erklären jetzt, ja? Also du hast mich ja dann am Freitag schon angeschrieben und mich gefragt. Hilfe, Hilfe. Hilfe und kannst du irgendwas machen? Ja, ja. Es war... Also Freitag habe ich nicht gedacht, dass ich Samstag die Hochzeit durchstehen würde. Genau. Ich schlage wie ein Häufchen Elend habe. Habe auf der Couch gelegen, geschwitzt, teilweise Schüttelfrost und habe mir Walking Dead angeguckt, um den gefühlten Zustand auch visuell darzustellen, ja? Also ich habe mich genauso gefühlt wie die Beißer. Aber das ist ein Satz dann, ne? Also du hast mich ja angeschrieben und ich habe ja dann dir auch Hilfe angeboten, gesagt, klar, ich helfe dir. Obwohl mir der Termin nicht so recht war, habe ich gesagt, wenn es nicht geht, bin ich da, auf jeden Fall. Fand ich das auch super. Und auch an dem Samstag hast du mich ja nochmal angeschrieben und hast gesagt, ich weiß nicht, ob ich den Abend durchhalte. Und das war ja gar nicht so weit. Das war irgendwie... Wuppertal. Ja, ja. Stunde Fahrt. Stunde Fahrt. Genau. War Wuppertal. Bülfrad, Wuppertal. Genau. Und dann hatte ich ja noch angeboten, hey Frank, wenn du da bist und es geht nicht mehr, du warst mit deiner Frau auch da. Ihr wart zu zweit, ne? Genau. Zum Glück. Also mein bestes Stück, das ist halt gewohnt, mich schon mal auf Hochzeiten zu unterstützen. Da habe ich mir einen kleinen Assistenten rangezogen und ich glaube, ohne Sandra hätte ich es an dem Tag nicht geschafft. Ja. Also allein die moralische Unterstützung, nicht alleine da zu sein und einfach mal das Köfferschen hinterher geschoben zu kriegen, das hat Wunder gewirkt. Ja, genau. Und dann hatte ich dir noch geschrieben, hey, wenn es wirklich nicht geht, sag einfach Bescheid. Ich bin in einer Stunde da und dann schaukele ich das Ding mit deiner Frau weiter. Du gibst mir einfach nur dein Equipment in die Hand und Prost. Prost. Ja, mein, ein guter Tipp. Also so ganz weg habe ich die ganze Kacke noch nicht, wie man hört. Sorry, ab und zu muss ich mal in den Podcast reinhusten. Deswegen skypen wir auch heute, damit ich verschont bleibe. Ja, damit die Seuche bei mir bleibt, die brauchst du nicht. Ja, und um den ganzen Spaß noch komplett zu machen, es war ja auch noch, dass ich den beiden meinen Fotoboost versprochen habe. Und ich habe nochmal so ein Monsterding von einem Fotoboost, der nicht ganz so einfach zu handeln ist und den muss ich dann auch noch auf so eine Empore hochtragen. Also ich hatte wirklich an dem Tag den vollen Spaß. Hinzu kommt ja noch, es war an dem Tag schweinekalt. Ich glaube, das war der kälteste. Es war auf jeden Fall die kälteste Nacht des Jahres. Und der Tag, der war irgendwie so bei minus bis 0 Grad, also minus 1, 2 bis 0 Grad mit einem Scheißwind, der einfach unangenehm war. Und wenn du dich dann eh schon gar nicht wohlfühlst, dann kommt Kälte überhaupt nicht gut. Nein, überhaupt nicht, das stimmt. Oh Mann, ja, ich habe ein Stück weit mit dir gelitten und habe viel an dich gedacht. Meldet er sich noch, meldet er sich nicht? Das Komische ist, wenn du einmal drin bist in dem Trott und du hast dich dann überwunden, du bist voll fokussiert auf die Hochzeit, du glaubst gar nicht, was du alles wegsteckst. Es geht. Es geht. Ja, kurzzeitig kann man das alles irgendwie ignorieren dann. Man pumpt sich mit Chemie und Medikament voll, dopt sich sozusagen richtig auf und dann kommt das Hochzeitsadrenalin dabei und dann schaukelt sie den Tag schon irgendwie. Kleiner Tipp an die Kollegen. Ich habe für meinen Bereich die richtige Doping-Dosierung gefunden. Alles, was geht oder was? Alles, was geht, ja. Man darf laut Packungsbeilage sechs Tüten von dem Aspirin-Komplex zu sich nehmen. Hätte ich verdoppelt dann. Ja, ich denke immer an meinen Magen. Also ich hatte auch am nächsten Tag leichte Magenprobleme. Aber das ist halt, das Zeug schlägt halt tierisch auf den Magen. Also ich, deswegen wäre ich da ein bisschen vorsichtig mit. Ich habe aber, bevor ich losgefahren bin, habe ich mir Aspirin-Komplex reingehauen. Und während der Fahrt habe ich schon gemerkt, das Zeug wirkt. Und dann im zwei- bis drei-Stunden-Rhythmus, also immer um die volle Dröhnung von dem Komplex, dieses Aufputschende von dem Komplex aufrechtzuerhalten, habe ich dann so im zwei- bis drei-Stunden-Rhythmus mir immer wieder ein Tütchen zum Besten gegeben. Und das hat geholfen. Ich habe richtig durchgehalten. Ich sah zwar an dem Abend nachher richtig scheiße aus, wie mir der Bräutigam gesagt hat. Aber ich habe es gepackt. Ich vermute aber auch mal, der Sonntag war auch kein guter Tag für dich dann. Der beste Tag des Jahres. Ja, es war die Hölle. Ich bin nach nur fünf Stunden Schlaf aufgewacht und da war irgendwie noch die Wirkung von dem Aspirin-Komplex anscheinend in mir. Ich habe mich top gefühlt. Ich denke, wow, geil. Ich habe mich runter an den Rechner gesetzt. Ich muss ja immer unseren Kater morgens rauslassen, oder einer von uns beiden. Also ich habe es auf jeden Fall an dem Morgen dann gemerkt. Der Kater wollte raus. Der Jack. Jack, genau. Jack, unser Monster-Kater, wollte raus. Und ich weiß genau, der braucht nur ein paar Minütchen, dann ist er wieder da. Ja, das ist seine morgendliche Runde. Aber an diesem Morgen hat er ein bisschen länger gebraucht. So, da hat er mich hier, obwohl ich eigentlich weiter schlafen wollte, hat er mich hier wachgehalten. Ich habe mich an den Rechner gesetzt. Mir ging es richtig gut. Ich denke, wow, geil, vielleicht hast du es ja doch geschafft. Und als ich den Jack dann wieder reingelassen habe, nach einer guten halben Stunde, hat er sein Futter bekommen. Ich ins Bett, habe dann nochmal geschlafen und danach wollte ich nicht mehr aufstehen. Und danach habe ich gesagt, okay, das war es für mich. Dieser Tag, der ist scheiße. Ja. Aber das gönne ich keinem. Es war kein schöner Tag. Aber du hast die Hochzeit überstanden und das ist doch das Coole. Ja, also wirklich voller Einsatz. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt, also in all den Jahren, mittlerweile geht es jetzt bei mir ins elfte Jahr, habe ich noch nie eine Hochzeit abgesagt, weil ich krank bin. Also ich habe überhaupt noch nie eine Hochzeit abgesagt, aber halt auch insbesondere nicht wegen Krankheit. Ja, Krankheit habe ich noch nie abgesagt und diese wäre jetzt fast die erste geworden, aber toi, 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 es hat geklappt. Also das wäre auch persönlich eine richtig beschissene Situation gewesen bei dieser Hochzeit. Ja, klar, kann ich verstehen. Ist immer eine blöde Situation dann auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn es zu kurzfristig ist. Aber ich finde, das ist jetzt, das können wir jetzt auch direkt mal zum Thema machen. Wirst du das von deinen Paaren auch regelmäßig gefragt? Was ist denn, wenn du krank wirst? Genau. Genau das wäre ich. Ist ja auch eine legitime Frage dann. Ja, ja. Wenn Paare da nichts zu sagen, ich spreche es auch oft selber an. Es steht auch bei mir im Vertrag drin, dass ich im Falle eines Krankheitsfalles, wie auch immer, wenn, weiß ja nicht, kann ja, wer weiß, was passieren. Wir werden ja so weit im Voraus gebucht, man weiß ja nie, was die Zukunft für einen parat hält. Dass ich halt den Paaren die Möglichkeit einräume, auf einen anderen Fotografen zurückzugreifen oder beziehungsweise, dass ich den Paaren andere Fotografen anbieten kann, weil ich halt das Netzwerk habe. Du wärst ja jetzt auch super eingesprungen. Und das sind halt absolute Notfälle, wenn wirklich gar nichts anderes mehr geht. Ja, aber das kann ja passieren. Also ich spreche das auch gerne tatsächlich aktiv an, dieses Thema, wenn die Frage nicht von alleine kommt, weil es ja spätestens im Vertrag dann steht. Und dann habe ich das lieber vorher schon mal angesprochen. Wenn ein Paar das fragt, sage ich immer, was ist denn, wenn ihr krank werdet? Ja, eben. Und dann kommt erst mal die Überlegung ins Spiel. Stimmt, kann ja auch passieren. Okay, und ich sage dann, dass ich halt wirklich noch nie krank geworden bin. Aber klar, das kann natürlich jederzeit passieren. Und das kann auch zwei Tage vorher passieren. Brichst du dir ein Bein? Also ich sage immer, ich muss schon echt wirklich sehr krank sein. Ich würde mich nämlich auch definitiv zu jeder Hochzeit hinschleppen. Aber brichst du dir ein Bein vorher? Also spätestens dann wirst du nicht in der Lage sein, die Hochzeit zu fotografieren. So sieht es aus. Ich sage den Paaren auch immer, eine normale Krankheit wird mich so schnell nicht von euch weghalten, wie man jetzt auch gerade gesehen hat. Aber mir kann ja zum Beispiel einer einen Arm ausreißen. Da lachen die immer. Aber das sind halt die Punkte, wo es dann wirklich nicht mehr geht. Und da muss man ganz einfach Profi genug sein und wissen, dass man da jemanden anders hinschicken kann. Und selbst wenn jetzt ein teurerer Fotograf dahin geht, Hauptsache die haben ihren Fotografen. Also irgendwie wird man sich dann einig, dass die Rechnung dann auch beglichen wird. Und die haben einen guten Fotografen. Und ich denke mal, die Fotografen, die wir empfehlen werden und die wir im Netzwerk haben, die sind gut genug, damit jedes Paar auf jeden Fall glücklich wird im Falle eines Falles, bevor sie nachher gar keine Bilder haben. Und das ist ja was, was man einem Paar auch gut erklären kann, dass man eben auch ein gutes Netzwerk hat, auf das man zurückgreifen kann. Das sollte man natürlich tatsächlich dann auch haben. Und das ist auch ein Riesentipp, wirklich sich sein eigenes Netzwerk anzuschaffen. Weil ich würde ja auch ungerne jemanden empfehlen, den ich gar nicht kenne. Das heißt, erstmal definitiv auf die Fotografen zurückgreifen, deren Arbeit ich auch kenne, die ich auch möglichst persönlich kenne, um zu wissen, okay, die kann ich auch mit gutem Gewissen dahin schicken. Weil das ist ja, was ich will, wirklich jemanden mit gutem Gewissen dann dahin schicken. Genau. Ja, wenn es jetzt natürlich mitten in der Saison ist, im Juni, Juli, August, an den Samstagen sind natürlich jetzt die meisten tatsächlich auch irgendwie dann ausgebucht. Da kann es schon mal schwierig werden, ja. Aber in keinster Weise unmöglich. Also das auf gar keinen Fall. Nein, unmöglich ist gar nichts. Irgendwie geht immer was. Also wenn man wirklich will und wirklich was sucht, es funktioniert. Das ist so meine Erfahrung. Ja, du kannst das in irgendeine Gruppe posten, aber dann melden sich halt auch vielleicht Leute, die du überhaupt nicht kennst. Und da finde ich halt auch immer sehr schwierig, also über diese Gruppen muss ich manchmal wirklich lachen, ja, weil es da Fotografen gibt, die sich auf jedes Budget melden. Die melden sich bei einem 1.000-Euro-Budget und die melden sich bei einem 3.000-Euro-Budget. Ich weiß nicht, ob die einfach nur, damit die sichtbar sind, ob die das deswegen machen. Und ich weiß es auch nicht. Entweder haben die keinen Leitfaden oder... Ich mache mir aber auch nicht die Mühe, dann in diesen Gruppen die Fotografen nochmal nachzuschauen. Brauchst du eigentlich nur bei denen aufs Profil zu klicken und dann findest du ja schon auch die Fanseite von denen. Aber die Mühe mache ich mir noch nicht. Ich meine, mir fällt halt der ein oder andere auf, der auf jedes Budget sich da bewirbt und irgendwas läuft da verkehrt, glaube ich. Das ist doch unrealistisch, oder? Ja. Also ich will ja, ich will weder das eine noch das andere schlecht machen. Aber wenn ich doch jemand bin, der für 3.000-Euro-Hochzeiten fotografiert, na dann melde ich mich doch nicht auf einen 1.000-Euro-Budget. Und umgekehrt, wenn ich halt noch nicht so weit bin und auch ein 3.000-Euro-Budget überhaupt abgreifen kann, dann melde ich mich da auch nicht, weil die Empfehlung werde ich ja niemals bekommen. Ja, ein Klick auf meine Seite und man wird sehen, okay, da haben wir jetzt mit einem Fotografen zu tun, der sicherlich nicht in dieser Liga spielt. und dann kriegst du die Empfehlung auch gar nicht. Also das ist sowas von sinnlos, sich da auf jeden Post hinzumelden, kann ich nicht verstehen. Klingt für mich auch sehr unrealistisch. Davon abgesehen, in den großen Gruppen, gerade hier Hochzeitsfotografen unter uns oder Ja, hier, I have a wedding for you. I have a wedding for you, ja. Die Gruppe ist so groß, also von da ist noch nie was rübergekommen. Mich hat da einmal die Vicky Baumann weiterempfohlen, aber das ist leider auch im Sande verlaufen. Ich fand es schon nett von der Vicky und ja, aber leider ist da nie was raus. Die haben sich nicht bei mir gemeldet. Ist doch auch eher Vitamin B. Wenn ich einen anderen Stil als die Vicky habe. Ja, aber auch das ist ja klar, wenn der Stil natürlich völlig anders ist, dann wirst du bei dem Paar sicherlich nicht, wirst du das Paar nicht erreichen. Genau. Aber es ist auch ganz klar Vitamin B. Wenn ich ja jetzt poste, ich suche jemanden für den, was weiß ich, irgendein Datum und da schreiben dann, mittlerweile ist ja so, du hast ja da schnell 100 Antworten drauf. Ja. Die gucke ich mir ja gar nicht alle durch. Wenn ich da jetzt mal durchschaue und da sind ein paar, die ich kenne, dann schaue ich vielleicht noch einmal ins Profil rein. Ja, passt, leite ich weiter. Genau. Du leitest ja auch keine 100 weiter, sondern suchst dir zwei, drei raus. Drei. Ja. Aber hey, das mit der Gruppe ist doch jetzt auch ein guter Stichpunkt. Wir haben ja auch unsere eigene Gruppe. Ja. Getting Ready Podcast Gruppe. Und das wäre dann tatsächlich auch so ein Punkt, wo Netzwerken in kleinerem Rahmen auch sehr angemessen ist. Also da würde ich jetzt tatsächlich aufrufen, kommt in unsere Gruppe und wir schieben uns die Hochzeiten da in der kleinen Gruppe hin und her. Vielleicht können wir auch mal sagen, was wir mit unserer Clone Wedding Artist Gruppe haben. Das ist auch so ein super Tipp eigentlich. Da muss man sagen, das funktioniert ja auch ganz gut grundsätzlich. Zumindestens die Eschos funktionieren super. Das ist aber auch so eine Mini Gruppe, die deswegen funktioniert das auch. Die darf auch gar nicht wirklich groß werden. Also ich würde es wirklich, diese Clone Wedding Artist würde ich auf 10 vielleicht maximal 15 reduzieren, sonst wird es wieder zu viel. Die Getting Ready Podcast Gruppe, die kann auch ruhig größer sein. Ich glaube nicht, dass sie jemals so groß werden wird wie I Have a Wedding for You. Ich habe gar keinen Überblick, wie viele tausende Fotografen da drin sind. Aber wir wollen uns auf jeden Fall ein bisschen familiärer haben, dass wir uns da nochmal besser austauschen und vielleicht auch ein bisschen intensiver, dass man sich ein bisschen besser kennenlernt. In den großen Gruppen verliere ich so ein wenig den Überblick. Die, die regelmäßig da posten, klar, da kennt man die Profile, da kennt man die Webseiten und die Arbeiten von den Jungs und Mädels. Aber in unserer eigenen Gruppe würde ich doch schon gern so familiär haben, dass man sich besser kennt. Auf jeden Fall. Ja, und unsere Clone Wedding Artist Gruppe, das ist halt privat. Wie viele sind wir? Ich glaube, wir sind sechs. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Fünf oder sechs. Fünf oder sechs. Ich denke, ein, zwei, drei Fotografen können wir nochmal mit aufnehmen. Ja. Aber das war es dann auch. Mehr kommt da dann auch nicht rein. Also wer hier aus Köln und Umgebung kommt, darf sich aufgerufen fühlen, sich bei uns zu melden für die Clone Wedding Artist Gruppe, wo wir uns Doppelanfragen gegenseitig mal zuschustern können, dass wir auch die Bücher besser voll bekommen. Aber das wird selektiert. Da wird wirklich, da nehmen wir nicht jeden auf. Das stimmt. Nein, aber das ist aber trotzdem ein Tipp, dass man sich da halt wirklich in kleinen Gruppen auch zusammentut, weil das funktioniert wirklich sehr gut, bevor man dann eben diese Doppelanfragen dann in dem großen Forum postet, relativ anonym, ist die Chance, dass man da wirklich Hochzeiten untereinander abgreift in so einer kleinen Gruppe, weitaus größer. Also das ist eine gute Sache. Auf jeden Fall. Und die Leute, die sich zusammentun, sollten natürlich möglichst auch in einer Liga spielen. Ja. Es macht ja keinen Sinn, wenn dich einer anfragt und du kannst nicht und empfiehlst dann jemanden, der dir fünf Jahre hinterherhängt, wird das sicherlich nicht zu einer Buchung führen. Da hat niemand dran gewonnen. Ja, definitiv. Was kannst du noch berichten von der Hochzeit? Du hast gesagt, es war extrem kalt. Es war bieberkalt. Also ich meine, gefühlt, wenn du krank bist, ist jede Kälte nochmal doppelt so kalt. Aber in den Nachrichten kamen die kälteste Nacht des Jahres und wir hatten an dem Tag mal minus zwei bis null Grad. Irgendwie sowas. Aber das Fiese war nicht die Kälte. Also bei null Grad finde ich eigentlich, das geht im Winter halt. Das Problem war dieser Wind. Es war ein eisekalter Wind, der da durchzog. Und das hat das Ganze gefühlt nochmal doppelt so kalt gemacht. Und die arme Braut, die, ja, es war das kürzeste Paar-Shooting ever. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen jetzt. Wart ihr draußen, habt ihr ein Paar-Shooting draußen gemacht? Yes, well. Das Paar-Shooting, das ist jetzt sogar auf meiner Webseite drauf. Dieses Nebelbild. Es ist innerhalb von drei bis fünf Minuten oder so entstanden. Die Braut war drinnen. Ich habe auf der schneebedeckten Wiese Fußmatten ausgelegt, damit die Braut dann nicht einsinkt und nasse Füße bekommt. Dann habe ich ihr einfach mal so zwei Meter in diese Wiese reingestellt, die hinten einen Hang hatte. Also wäre es nicht so kalt gewesen und hätten wir noch eine andere Vorbereitung gehabt, dann hätten wir da vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Aber ich habe die beiden da wirklich nur kurz hinstellen können und Rauchbomben in die Hand gegeben und kurzes Shooting, dann nochmal ein Mini-Shooting, die zwei für sich alleine, aber mehr als groß hinstellen und die Braut nicht ganz so sehr froh, war an dem Tag nicht machbar. Ich schaue mir das mal an auf deiner Webseite. Die liebe Braut war selber angeschlagen und schwanger. Also ich wollte da jetzt auch nicht groß irgendwie was heraufbeschwören, was nicht sein muss. Bist du denn trotzdem zufrieden? Hast du trotzdem gute Fotos gemacht? Ich sage mal, man muss ja nicht eine Stunde shooten, um gute Fotos zu bekommen, sondern das kann ja auch innerhalb von fünf oder zehn Minuten kannst du wahnsinnig gute Bilder machen. Halt nicht so viele. Die Bilder, die wir haben, die sind wunderschön geworden. Das sind wirklich richtig schöne Bilder bei. Es ist halt, also ich sage mal, fünf Minuten ist wirklich extremst grenzwertig, um eine schöne kleine, natürliche Serie hinzubekommen. Also da finde ich fünf Minuten, vor allem wenn die Braut die ganze Zeit friert, das ist echt schwer. Du darfst doch nicht zu nah rangehen, dann siehst du blaue Lippen und Gänsehaut. So ungefähr, so ungefähr. Ich habe es mit dem 85er gemacht. Habe es dann halt wieder rangeholt, aber durch die gewisse Unschärfe bei 1,8 ist das alles ganz okay. Oder mit dem 24er schön weit weg. Genau, oder mit dem 24er. Da habe ich das Bild gemacht, was auf meiner Webseite drauf ist. Aber, also die Bilder, die sind schön. Also es sind so Bilder, die man sich auch, also das Bild finde ich, das kann man sich auch super, super geil über das Sofa hängen. Ist einfach ein schönes Bild. Dann habe ich nachher abends auch noch in der Location selber mit den beiden noch was gemacht. Ich werde mit denen definitiv, wenn sie so möchten, noch ein paar Shooting später nochmal machen, wenn die da noch Bock drauf haben. Also irgendwie finde ich, bin ich denen das auch so ein bisschen schuldig. Waren ja auch Freunde von dir. Genau, genau. Aber wenn sie schwanger war, kannst du da jetzt auch nicht mehr so lange warten. Oder halt noch deutlich länger. Oder deutlich länger, genau. Aber ich muss jetzt selber erstmal wieder fit werden. Ich finde aber, wenn die Location nur ansatzweise was hergibt, dann kann man auch drinnen schöne Fotos machen. Und so viel braucht man da manchmal gar nicht. Einfach irgendwo eine schöne Ecke mit schönem Licht, ein schönes Fenster und schon kannst du super Fotos machen. Irgendeine Treppe, irgendwas findet sich normalerweise immer. Genau so habe ich es gemacht. Es war eine Treppe. Vor dieser Treppe war so ein kleiner Rundbogen. Da habe ich die reingestellt, habe meinen Bolzen da drauf geknallt. Also mein Fresnel LED-Dauerlicht, wo ich die praktisch in den Spot gegeben habe. Aber es sind halt nicht die typischen Bilder, die ich normalerweise mit meinen Paaren mache. Das ist halt, ich möchte halt gerne natürlich und aus der Bewegung heraus, hier war es halt eher ein bisschen gestellt. Aber ich sage immer noch, lieber ein schönes gestelltes Bild, als nachher gar nichts zu haben. Gar nichts ist ja keine Option. Genau, genau. Also muss man halt mal ein bisschen flexibel sein und dann macht man halt eher so ein paar ruhigere, stehende Bilder. Die aber auch in sich wieder natürlich wirken, weil ich halt gesagt habe, mach mal. Also es sind auf jeden Fall ein paar schöne Bilder bei rumgekommen. Und so sie denn möchten, machen wir nochmal draußen ein gemütliches Parashooting. Ja, holt das nochmal nach. Genau. An dem Tag ging, also das war echt ein verflixter Tag. Wir haben uns echt tierisch auf den Tag alle gefreut und Braut angeschlagen, Fotograf angeschlagen. Scheiße kalt draußen. Also da hatten wir echt alles auf einmal gehabt. Und trotzdem ist die Serie gut geworden. War denn die Hochzeit gut? War die Hochzeit für das Paar gut? Ja, die Hochzeit. Also es war eine knaller Hochzeit. Ich muss dazu sagen, es war auch ganz, also so eine Hochzeit habe ich bisher selber auch noch nie begleitet oder gesehen, weil der Trauzeuge und der beste Freund des Bräutigams, vom Olli, der Jens, der hat die Trauung vollzogen. Es war eine freie Trauung und Olli wollte, dass Jens die Trauung vollzieht. Die zwei hatten vorher eine standesamtliche Trauung gemacht, dass auf dem Papier alles klar ist. Und dann halt für die Gäste eine sehr, sehr unterhaltsame, sehr witzige Entertainer-Trauung in der Location. War super geil. Aber das hat bestimmt auch jemand gefilmt. Da war auch eine Kamera, ja. Da war auch eine Kamera. Also das war entertaining pur. Schön. Ja, ich muss dazu sagen, Jens ist natürlich auch mit Olli oft zusammen auf der Bühne. Die haben auch das dynamische Duo als Band. Das sind halt zwei Entertainer, die, wenn die als dynamisches Duo auftreten, das ist immer viel Witz, viel Witz mit viel Musik. Und die haben es einfach drauf. Und es war mir klar, als ich gehört habe, der Jens macht das, da bleibt kein Auge trocken. Es war mir klar. Es war schön. Also und vor allen Dingen persönlich. Persönlicher als diese Traurrede von Jens hätte es gar nicht werden können. Also ich gehe mal davon aus, so persönlich kann kein professioneller Traurredner eine Trauung vollziehen, wie der beste Freund, der ihn seit Jahren begleitet, ihn in- und auswendig kennt, alle Anekdoten kennt und genau weiß, auf welche Knöpfe er drücken muss. Ja, das hat schon Vorteile, definitiv. Wenn man denn dann in der Lage ist, das vernünftig zu vollziehen und gut und frei sprechen kann, das ist natürlich Voraussetzung an der Stelle. Aber dann hat das Persönliche natürlich einen Riesenvorteil. Genau. Es war natürlich die Bühnenerfahrung. Jens ist es gewohnt, auf der Bühne zu stehen und vor Menschen zu sprechen. Von daher war das für ihn weniger ein Problem. Ja. Ja, da muss man sich halt drauf verlassen können. Wenn es dann auf einmal komplett hakt, ist es nicht so schön. Genau, genau. Also ich stelle mir das wirklich schwer vor. Also einfach kann das nicht gewesen sein. Vor allen Dingen, du musst dir mal vorstellen, was das für ein Vertrauensbeweis ist von deinen besten Freunden. Du machst die Traurrede für uns. Du wirst uns praktisch bei dieser gemütlichen, freien Trauung nochmal vor allen Freunden trauen. Also das ist schon Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Da kriege ich jetzt schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Aber wo du jetzt von Musikern redest, ich hatte auch letztes Jahr eine Hochzeit, wo der Bräutigam auch in einer Band gespielt hat. Die gab es aber dann auch schon nicht mehr. Also ich habe die Fotos jetzt auch gerade auf meine Website gestellt. Und deswegen bin ich da gerade wieder sehr, sehr nah dran. Also die Band hat sich vor zwölf Jahren aufgelöst. Eine Bluesband. Und hat dann aber auf der Hochzeit, und das war auch ein sehr, sehr schöner Saal mit einer sehr großen Bühne auch. Und da war ein Vorhang vor und der ging dann irgendwann auf. Und dann stand da das komplette Band-Equipment und dann hat die Band da gespielt. Und die haben relativ lange auch gespielt, aber auch gut eingeheizt. Und ich glaube, die haben in zwei Sätzen gespielt. Da gab es dann auch nochmal eine Pause dazwischen und dann haben die später nochmal gespielt. Aber das war richtig gut. Und er halt Schlagzeuger. Ich fand das klasse. Ja, super geil. Das fand ich klasse. Und ich habe ja selber auch in der Band gespielt früher, lange Zeit auch, einige Jahre als Gitarrist. Ja, cool. Und einer meiner Jungs aus der Band, also unser Sänger, der hatte auch vor drei Jahren geheiratet. Ja, also deutlicher Spätzykler an der Stelle. Und da hat er uns auch angesprochen und gesagt, ey, ich möchte gerne nochmal mit der alten Band was machen. Und dann haben wir nochmal ein paar Proben gemacht. Haben aber, wir waren halt eine Rockband und wir haben dann A Cappella gespielt. Das war auch sehr, sehr, sehr cool. Und danach hatten wir dann auch gesagt, komm, jetzt sind wir gerade dabei. Lass uns nochmal gucken und lass uns nochmal einen machen. Und haben dann auch nochmal einen richtigen Gig gehabt in der Kneipe. Und das war mega. Also wirklich brechend voll die Kneipe. Super Stimmung. Und danach ist dann alles wieder eingeschlafen. Ja, ist natürlich schade. Ist natürlich schade. Also ich denke mal, bei einem Musiker, die Musik spielt immer mit. Ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, von heute auf morgen die Fotografie einfach sein zu lassen. Und da stelle ich mir das für einen Musiker, wenn er auf einmal ganz ohne Band, also wie das jetzt bei dir ist, dass du auf einmal ohne Band da stehst. Und ich stelle mir sowas schwer vor. Ja, ich kam halt irgendwann an einen Punkt, wo ich mich letztendlich entscheiden musste. Ja, das war zu viel in meinem Leben. Ich habe ja lange Jahre die Fotografie im Nebenerwerb betrieben. Ja, also ich hatte ja einen Hauptjob. Ich war die letzten zehn Jahre ja auch im Vertrieb, im Außendienst. Und war damit natürlich auch schon relativ weit ausgelastet. Dann hatte ich die Band und auch da haben wir versucht, was zu reißen. Zusätzlich die Fotografie, die dann auch immer mehr wurde. Und Familie dazu, das passte alles nicht mehr. Also ich bin da wirklich zeitlich extrem an meine Grenzen gestoßen. Das glaube ich. Und auch mit der Band führte das dann immer wieder zu Kollisionen. Ja, also Samstags Hochzeiten, die vielleicht schon ein Jahr voraus geplant waren. Die Gigs kamen vielleicht etwas kurzfristiger. Auch nicht immer. Manchmal auch ein halbes Jahr voraus. Und wenn ich da jetzt noch keine Hochzeit hatte. Also es gab immer wieder Kollisionen dann auch. Oder halt führte dazu, dass ich dann letztendlich, wenn wir dann Anfragen hatten mit der Band, dass ich dann sagen muss, sorry, ich habe nur Hochzeit, ich kann nicht. Und das ist natürlich für die Band dann auch frustrierend. Und dann habe ich irgendwann dann halt einen Schnitt gemacht und habe gesagt, Jungs, das funktioniert nicht mehr. Und ich bremse euch jetzt auch an der Stelle aus. Und das ist halt auch nicht in Ordnung. Ja, die Band hat sich dann komplett anders entwickelt. Wie anders? Meinen die jetzt Schlager? Von Rock auf Schlager? Nein, 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 nein. Insbesondere sind halt dann nach mir dann auch noch mehr Leute ausgestiegen. Also wir hatten ursprünglich unsere Band, da haben wir zehn Jahre gespielt. Und danach fing das halt an, dass wir so ein bisschen, dann ist der Sänger gegangen und dann haben wir uns ein bisschen anders entwickelt. Die Musikrichtung hat sich etwas verändert und halt auch von den Musikern gab es den einen oder anderen Austausch. Das funktionierte dann aber auch nochmal irgendwie zehn Jahre. Also wir haben insgesamt 20 Jahre dann so Musik gemacht, bis ich dann halt auch ausgestiegen bin. Und nach mir gab es dann halt immer wieder Wechsel. Und im Moment sind die ganz gut dabei auch. Aber ist halt jetzt mittlerweile was ganz anderes. Das kann man jetzt gar nicht mehr vergleichen. Aber für mich war es halt, ich war einfach an einem Punkt, wo ich sagen musste, ich muss irgendwo entschleunigen. Ich muss irgendwas ändern. So funktioniert das nicht mehr. Also Band und Familie und Fotografie. Du musst auch immer auf deinen Körper hören und die Gesundheit im Auge behalten. Ich sage mal, egal wie gern man was macht, irgendwann wird auch das Schönste, was man macht, zu viel. Auf jeden Fall, ja. Ja, aber das war schon an der Stelle dann die richtige Entscheidung. Auch wenn es mir dann einfach, du hast schon recht, also die Gitarre fehlt halt schon irgendwie so ein bisschen. Ja, ich habe mein Equipment auch zum Teil verkauft. Also ich habe jetzt eine Akustikgitarre halt noch zu Hause stehen, auf der ich auch gerne schon mal spiele. Aber das ist halt nicht mehr vergleichbar. Apropos Gitarre. Du hast nämlich unser Jingle mit eingespielt. Nein, habe ich nicht mit eingespielt. Du hast mir gesagt, du hättest das mit eingespielt. Ja, das war auch der Plan, muss man, kann ich ja auch nochmal erklären. Also für den Podcast-Jingle habe ich einen Freund von mir angesprochen, den Julian, der wirklich ein ganz begnadeter Musiker ist, der jetzt auch quasi den Posten eingenommen hat, den in der Band, wo ich gespielt habe. Ah, okay, schön. Ja, obwohl es da noch eine Zwischenbesetzung gab, aber da hat sich, wie gesagt, es hat sich mehrfach was geändert und er spielt jetzt da mit. Und noch in zig anderen Bands. Also der Julian, ich weiß gar nicht genau, was er macht, aber er studiert auch irgendwas mit Musik noch und ich glaube, er macht in seinem Leben so ziemlich nichts anderes als außer Musik in alle Richtungen. Und also es ist wirklich ein ganz begnadeter. Und den hatte ich gefragt, ob er uns nicht einen Podcast-Jingle aufnehmen kann, weil wir ja wirklich was Individuelles haben wollten. So die Idee. Man kann ja irgendwo in den einschlägigen Foren irgendwelche GEMA-freie Musik kaufen. Die sind auch nicht so teuer, aber man läuft da Gefahr, dass dann halt jeder dritte Podcast oder YouTube-Video eben diese Songs auch verwendet. Und das wollten wir nicht. Wir wollten was Eigenes haben. Ja. So. Und dann habe ich den Julian angesprochen und er hat gesagt, ja klar, cool, mache ich euch. Und dann haben wir uns, haben wir so ein kleines Brainstorming gemacht und ein Briefing, so wie wir uns das vorstellen, wie das sein sollte. Und dann hat er irgendwie mal eine erste Gitarrenspur aufgenommen und dann haben wir wieder daran rumgefeilt. Und bis wir dann was hatten, was ganz gut passte. Und dann sagt er, okay, pass auf, das muss ich dann aber ja nochmal, muss ich in den Proberaum und dann muss ich das alles dann aufnehmen. Und dann habe ich gesagt, ey, dann lass uns doch, dann komme ich mit und dann nehme ich auch eine Gitarrenspur auf. Ja. Und so war auch der Plan. Und das hatte ich dir dann auch erzählt an der Stelle, genau. So. Bis er dann aber irgendwann schickte er mir wieder einen Songpfeil und sagt, hier, guck mal. Ja. Und er hat gesagt, ja geil, genau so habe ich mir das vorgestellt, super cool. Und dann, ich sage, ey Julian, wieso willst du denn jetzt eigentlich nochmal in den Proberaum gehen? Das ist doch absolut, absolut in Ordnung, ne? Also er hatte halt Bass und zwei oder drei Gitarrenspuren aufgenommen und ein Schlagzeug und das Ding, so wie es halt jetzt ist. Und dann sagt er, ja stimmt eigentlich, ne? Ich habe gedacht, das müsste ich irgendwie im Proberaum nochmal aufnehmen, aber du hast vollkommen recht. Hier am Computer reicht völlig aus. Naja, und dann ist es eben nicht mehr dazu gekommen, das nochmal neu anzuspielen und demnach habe ich auch keine Gitarrenspur eingespielt. Aber an der Stelle dann nochmal Riesenlob und Dank an den Julian. Ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz großes Kino. Großes Kino. Endlich haben wir richtig geile Mucke, vor allen Dingen unsere eigene. Ja, ganz genau. Super. Und ich finde den Song großartig. Und bisher habe ich aber auch nur Positives da an Feedback an der Stelle bekommen. Ja, ja, ich auch. Ich auch. Habe es ja auch einigen Mal vorgespielt und meinten alle, ja, cool, coole Kiste. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Naja, ich kann dir auch noch was vom Wochenende berichten. Ja, du hast einen Workshop, ne? An dem Sonntag hatte ich mal wieder einen meiner Best Wedding Workshops. Genau, an dem Tag, wo du dann nochmal nachgelitten hast. Ja. Erinnere mich bitte nicht. Ja, und ich erinnere mich tatsächlich auch, dass es sehr kalt war an dem Tag, ja. Ja, ich habe die Bilder gesehen. Also, euer Pärchen war richtig eingemuggelt. Du hast ja auch Probleme gehabt, einen Pär zu finden, ne? Ja, genau. Die sind auch irgendwie krank geworden oder irgendwie war da was, ne? Ja, ich bin, also, der Workshop sollte um 10 Uhr starten. Ja, und ich wache morgens auf, weiß ich nicht, 7 Uhr, halb 8 und schaue auf mein Handy und habe in der Nacht eine Nachricht bekommen. Ja, von dem Paar, die ich halt für den Workshop eingeladen habe, als Pärchen. Und sie schrieb mir, dass sie heute Nacht ins Krankenhaus gekommen ist und im Moment auch noch gar nicht weiß, was Sache ist und aber auf gar keinen Fall zum Workshop kommen kann. Also, der Workshop sollte ja erstmal bis zum Nachmittag, bis 16 Uhr oder sowas Theorie sein und dann wollten wir rausgehen und ein bisschen fotografieren. Also, ich hatte die beiden für 16, 16.30 Uhr eingeladen und, ja, haben die halt abgesagt. Ja, da habe ich natürlich vollstes Verständnis für, alles gut, aber es war natürlich für mich an der Stelle auch erstmal ein bisschen doof. Ein klein wenig doof. Wenn du dann auf einmal sagen musstest, ja, sorry, wir haben dann doch kein Paar heute. Naja, dann habe ich erstmal das erste Paar morgens früh dann angeschrieben, aber auch erstmal keine Antwort. Klar, wer liest schon seine WhatsApp-Nachrichten morgens um halb 8, Sonntags? Ja. Ja, und dann klingelte auch auf einmal das Telefon und ich denke, oh, vielleicht rufen die zurück jetzt dann. Aber dann rief eine Teilnehmerin an und die kam, ich lasse mich nicht lügen, ich glaube aus Brilon, aus dem Sauerland. Und ist halt irgendwie angereist und hat die Nacht vorher in Köln übernachtet, im Hotel. Und rief mich dann an und sagte, sie wäre todtraurig. Sie hatte an dem Tag noch Geburtstag, das wusste ich auch noch. Dann hatten wir noch drüber geschrieben vorher. Sie wollte eigentlich zu einem anderen Termin kommen, der aber auch ausgebucht war bei mir. Und dann sagte sie, egal, wenn jetzt nichts anderes frei ist, dann komme ich halt an meinem Geburtstag. Und naja, rief halt morgens früh aus dem Hotel an und sagt, Marc, mir geht es so schlecht. Ich habe heute Nacht Fieber und Schüttelfrost und ich kann nicht zum Workshop kommen und ich bin so traurig. Ja, es war ein Scheißwochenende, glaube ich. Ja, gut, okay. Das hat mich dann jetzt, tat mir leid, aber hat mich natürlich jetzt nicht so hart getroffen, weil ich ja erst mal noch mit dem Paar auch beschäftigt war. Und ich habe gesagt, hey, mach dir jetzt mal keinen Stress, komm gut nach Hause und dann schreiben wir mal und dann finden wir noch eine Gelegenheit, wo wir dich dann beim nächsten Mal irgendwie mit reinpacken können. So, aber mein Problem mit dem Paar war jetzt immer noch nicht gelöst. Jetzt musste ich aber auch los. Ich hatte ja auch Brötchen bestellt und die musste ich noch abholen und wollte eigentlich dann um 9 Uhr im Studio sein. So, und ja, gut, das habe ich auch geschafft. Und um 10 Uhr sollst du das dann da losgehen. Ich habe noch ein paar Sachen aufgebaut, ein bisschen zurechtgezupft und dann habe ich gedacht, ja, jetzt machst du mal einen Facebook-Post. Ja, und habe dann geschrieben, hier Hilfe, Paar abgesagt und ich brauche auch irgendwie dringend ein Paar für heute dann. Und da habe ich mich so sehr drüber gefreut, wie gut diese Hilfe dann auch funktioniert. Ja, super, ne? Ja, und wie viel das kommentiert wurde und ich glaube, lass mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es ist 21 Mal geteilt worden. Geil. Aber es kam dann immer irgendwie so, ja, wir würden gern, aber wir können nicht. Und genau, und dann schrieb mir jemand, ich hätte zwei Mädels. Zwei Mädels? Ja. Da waren halt dann auch meine Teilnehmer schon da und wir waren halt auch tatsächlich voll, die Hütte war, also wir waren ausgebucht auch. Gut, ein Platz ist ja dann freigeblieben noch, aber trotzdem waren wir ausgebucht. Und dann habe ich in die Runde dann die Frage gestellt, wir können jetzt zwei Mädels haben. Aber das stellte sich so dar, dass es zwei Mädels waren, deren Freude beide keine Zeit hatten. Ja, und dann zwei Mädels, die halt dann einen auf Lesbe machen und, na gut, wir sind ja in Köln, kann man ja machen. Und dann irgendwie in die Runde und die Runde, na ne, ne, lass mal, ne, wir warten, die waren auch fast. Okay, dann warten wir noch. Und, ja, und dann ging ja alles gut, ne, also das hat dann also dann tatsächlich auch zum Erfolg geführt und ich habe dann auch ein Pärchen bekommen und die beiden waren auch wirklich super. Ja, super. Also ich meine, ich hatte leider in all den Jahren, ich habe jetzt, boah, weit über 100, ja, über 150 Hochzeiten habe ich jetzt begleitet, noch nicht ein einziges lesbisches Pärchen gehabt. Kleiner Aufruf. Doch, ich aber. Ihr dürft, ihr dürft gerne anfragen, ich nehme euch mit Kuss an. Ich hätte gerne mal ein lesbisches Pärchen, ich hatte schon ein schwules Pärchen gehabt, aber ein lesbisches Pärchen, das fehlt mir noch. Also sehr, sehr gerne, also ich bin gerne für euch da. Ja, ich habe eine Anfrage, aber die melden sich nicht. Die haben angefragt, ich habe gesagt, lass uns mal gerne telefonieren und sie melden sich nicht zurück. Ich habe jetzt schon wieder eine E-Mail hingeschrieben, wie es dann aussehen würde. Ey, ich will euch haben. Ich hatte ein lesbisches Pärchen schon mal und eine der beiden war meine erste Freundin. Ach, wie gut. Oh, nee, nicht gut. Marc, muss ich mal Sorgen machen? Aber du wirst lachen. Ein guter Freund von mir, ein älterer Freund von mir, bei dem war das das Gleiche, der war verheiratet und dann haben sie sich getrennt und geschieden und seine Ex ist lesbisch jetzt. Da habe ich auch gesagt, muss ich mir jetzt Sorgen machen? Habe ich was falsch gemacht? Nein, aber alles gut. Nein, nein, das hat sich dann halt irgendwie im Laufe der Zeit so entwickelt und es ist ja in Ordnung. Die Hochzeit habe ich dann, die haben mich angefragt, ich habe sie fotografiert. Alles gut. Ja, super geil. Wie gesagt, ich bin noch auf der Suche nach meinem ersten lesbischen Pärchen. Ich freue mich, wenn die dann kriegen sollte und bin mal gespannt. Ist halt mal was anderes. Ist halt mal was anderes, genau. Ich freue mich ja auch über, wenn es ganz klein wird, da freue ich mich auch drüber, weil man halt auch als Hochzeitsfotograf unheimlich gerne mal so ein bisschen Abwechslung drin hat. Selbst die kleinste Location kann super geil werden. Ich hatte letztes Jahr in Düsseldorf, im Kürzer hatte ich eine Hochzeit gehabt und das war unten im Keller. Ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen und das war so eng und heiß da unten, aber von der Stimmung her war es super geil da unten. Das war eine ganz kleine Hochzeit, total süß gehalten und geht alles. Ich freue mich über alles. Ob jetzt riesengroß. Ich hatte ja auch mal eine Wahnsinnshochzeit, eine Adelshochzeit im Hof mit 800 adeligen Gästen und das war der Hammer. Also 800 Gäste, das war der Burner. Aber geht alles. Klar, aber das Pärchen, was jetzt dann bei mir auf dem Workshop war und das war dann auch wieder interessant, war ein Pärchen, deren Hochzeit ich in 2019 fotografiere. Also das war halt auch schon festgezurrt und na gut, so ist man halt auch vernetzt und so haben wir dann halt auch über den Facebook-Post zueinander gefunden. Ja, super. Super, ja, auf jeden Fall. Ja, und jetzt gab es aber dann halt auch nochmal ein paar Anfragen nochmal irgendwie zu meinen Workshops und eigentlich bin ich jetzt durch mit meiner Serie, weil ja jetzt auch die Hochzeitssong beginnt und dann ein wenig die Zeit an der Stelle fehlt. Fehlt, nicht fällt, fehlt. Ja. Ah, die Zeit fällt so oder so. Ich überlege aber jetzt trotzdem nochmal Zusatztermin zu finden, aber ich hoffe, dass ich dann auch irgendwie, wenn das jetzt relativ kurzfristig ist, den auch dann gefüllt bekomme. Wer das jetzt hier hört und Interesse an einem Hochzeitsfotografie-Workshop hat, der darf dann gerne mal bei mir auf der Webseite schauen. Ach ja, außerdem plane ich auch noch eine Reihe von kleineren Workshops, wo wir dann einfach mal losziehen und Pärchenfotos machen. So geht's. In einer kleineren Gruppe dann auch, also dann wirklich irgendwie, ich werde das jetzt auch in den nächsten Tagen oder Wochen online stellen, aber das wird dann irgendwie eine Fünfer- oder Sechser-Gruppe sein, denke ich, dass wir da wirklich sehr gemütlich dann mal losziehen und so ein Pärchen-Shooting machen und ein bisschen Anleite dazu. Also ähnliche Pläne gestalte ich auch gerade aus. Und wir hatten ja auch noch vor, unseren Blitz-Workshop für Hochzeitsfotografen zu starten. Also es gibt viel zu tun. Wir haben, glaube ich, mehr vorm Bug zu tun als Zeit, aber irgendwie kriegen wir das schon gebacken alles. Ja, wir sind ja auch in der Liste der besten Kölner Hochzeitsfotografen aufgenommen. Stimmt, stimmt. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, wo die das herhaben. Das muss aus irgendeinem Hochzeits-Online-Blog sein, weil diese Visitenkarte, die habe ich schon seit urigen Zeiten nicht mehr irgendwo online gestellt. Ach, dein Bild ist, das ist eine Visitenkarte? Das ist so eine kleine Banner-Visitenkarte, die ich auf irgendwelchen Hochzeits-Blogs mal online gestellt habe. Also da haben die das her. Ich müsste mal nachfragen, wo die das herhaben. Auf jeden Fall, Leute, bei uns im Facebook-Profil, auf der Fanseite, bei mir Lichtrein, bei ihm Marc Schewart. Der hat, also wir haben da eine kleine, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, eine kleine Verlinkung. Ihr könnt voten, ihr könnt voten. Schiebt uns nach vorne. Naja, bei mir schrieb dann einer, also der mit den meisten Likes ist der beste? Och, kommt schon. Naja, das ist natürlich mit nichts in der Fall. Ich sehe das ja mehr als sportlichen Spaß an. Ich will einfach vorne sein. Ich will noch ein paar Likes haben, Leute. Ich glaube kaum, dass wir jemals über dieses Portal auch nur eine einzige Hochzeit oder einen Kunden generieren. Aber ich will den Spaß haben. Das ist rein sportlich. Das ist ein Spaß. Leute, votet für uns, bitte. Macht den Spaß mit. Aber hey, Frank. Ja? Hast du gesehen, dass ich dich da überrundet habe? Nein. Ehrlich? Ich stehe vor dir, ja. Boah, das ist gemein. Also, alle, die hier hören, ihr seid aufgerufen. Lichtrein bei Facebook. Runterscrollen. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Und vote bitte für mich. Ich muss an dem Markt vorbei. Ich muss an dem Markt wieder vorbei. Konkurrenz. Ja, pass auf. Wir machen das. Das ist cool. Wir machen das in den Shownotes, ja? Ja. Und mal gucken, ob was passiert dabei. Wir geben das in die Shownotes. Und dann kann jeder sein Vote abgeben. Komm, komm, knallt die Votes. Lass Marc und mich ganz vorne sein. Wer am Ende ganz, ganz vorne ist, ist egal. Hauptsache, wir beide sind auf eins und zwei. Komm, macht den Spaß einmal mit. So machen wir das. Ja, pass auf Marc. Ich habe gleich auch schon wieder einen neuen Termin. Hier kommt gleich ein Pärchen vorbei. Die wollen sich ihre Hochzeitsbox abholen. Wie? Eigentlich sind wir doch für heute durch mit allem, ne? Oder hat sie noch was? Nein, ich bin, wir sind, glaube ich, wirklich durch. Vor allen Dingen verstehe ich dich gerade so schlecht. Das kommt dir so abgehakt rüber, dass es, glaube ich, wirklich ein guter Punkt ist, jetzt an der Stelle Schluss zu machen. Aber es war wie immer schön. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Es hat wieder tierisch Spaß gemacht. Vor allen Dingen nach diesem blöden Letzten da mit dieser Verordnung von... Dieses unsexy Thema DSGVO. Ich würde am liebsten diese Gedankengänge aus meinem Hirn verbannen. Aber jedes Mal, wenn ich darüber denke, da kriege ich so ein komisches Gefühl in der Magengegend. Und die Eimer, die können gar nicht nah genug sein. Ja, um es mal so auszudrücken. Okay. Aber es war lustig heute. Es hat wieder mal Spaß gemacht. Genau. Beim nächsten Mal setzen wir uns wieder zusammen. Dann haben wir hier diese ollen Verbindungsprobleme auch nicht mehr. Das stimmt. Da können wir wieder besser kuscheln. Okay. Dann empfang du mal dein Pärchen. Und ich wünsche dir noch was. Bye, bye. Bye, bye. Tschüss dann. Ciao. Tschüss.